Im Herz der Dunkelheit! Sagen wir der Königin mal hallo. Sie geht mir jetzt schon auf den Geist, auch wenn ich sie nicht kenne. Wer bin ich? Verzieht sie? Sie hat einfach so ihr Gesicht verloren. Oh, mal schauen, wie nervig du bist. Bitte was? Sie macht ganz am Anfang direkt eine Attacke, mit der ich die Hälfte meiner Leben verliere. Habe ich das richtig gesehen? Wer bin ich? Köpft sie? Köpft sie? Ja! Wer bin ich? Köpft sie? Ja, ja, das hatten wir gerade schon. So, dann sehen wir das nochmal. Und... Tolles Bärchen vom Hardrock-Kaffee um. Was ist los? Was? Was? Ernsthaft? Oh mein Gott! Diese kranke Tante! Alter! Alter Falter! Ich muss mir echt was überlegen für die. Nein, nein, nein. Alter! Alter! Der Bossfeind ist echt mein... Ja! Du hast den Arsch offen, Madam! Alter! Okay. Es macht dich schade, wenn ich dich so treffe. Das ist sehr schön zu wissen. Ja! Ja, ba-ba-ba-bam! Okay, boom! Alles kaputt. So, da... Hä? Hier, doch. Nein, 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 nein. Lass das. Das ist böse. Ist hin- und hergeschubst. Das kannst du vielleicht mit Anna machen. Aber nicht mit der Alice. Aber, hey, das was sie kann, das ist ja echt mal eines Bosskampfes würdig. Nein! Aua! Verdammte Kacke! Was ist das jetzt wieder? Oh! Ich nehme mal an, dass wäre ein Insta-Gip gewesen. Na, komm, ich will dich treffen. Wie soll man dem ausweichen, bitte? Hier nochmal speichern. Ernsthaft? Wie soll man dem ausweichen? Wie soll man dem ausweichen? Sie hat ein Arsch offen. Yay! Wie zur Hölle! Das ist doch... Oh mein Gott, was für eine Schreckensherrschaft. Yeah, yeah, yeah. Was zum... Ja, der Tod ist wieder weg, wie ihr merkt. Das ist nicht so geil. Ich lass mich mal nicht davon treffen. Hm, na ohne Ton ist scheiße. Muss ich das Gesicht treffen? Wow. Okay. Das Spiel hat echt seine eigenen kleinen Sweetspots. Nooo. Das Spiel ist schwer. Was? Verdammt. Na, ich versuch mal die ganze Zeit ins Gesicht zu zielen, aber... Oh, naja. Erfolgreiches Anders. So. Nob, 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 nob. Hör auf damit. Böse. Aber solange ich hier hinter bin, kann die mir eigentlich nichts. Das ist dann recht easy. Ich hab immer nur dann ein Problem, wenn ich mich ihr zeige. Wie zum Beispiel jetzt. Oder ich sollte weit genug entfernt sein. Mit welcher Waffe mach ich das denn am besten? Ja, 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 lass mich nicht bewegen. Ja, 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 ja Meine Güte, aber irgendwie ist das Gefühl, dass sie nicht so zu besiegen ist, bei weitem nicht so groß wie bei dem Jammer-Wookie, ach ja komm, mach Laser-Party hier, you like Techno, I like Techno, yeah, that's good, hast du einen Arsch offen, lass mich runter, jawoll, jetzt macht das nochmal, yeah, sie macht es nochmal, cool, ja, alles ganz toll, wenn ich jetzt wirklich einfach mal hier hinter verbleiben, von dem Bossfeld recht einfach hinter mir lassen, wird immer in Bewegung bleiben, wenn diese Kackteile kommen, Ja, ich denke, damit sind wir dann noch so ziemlich am Ende von Let's play American McGee's Andies Wow, ich sollte nicht so auf den Stoffen fällen, das ist tödlich Der hat noch getroffen, der Wurf Das ist ja phänomenal Damit hätte ich nicht gerechnet So, ja Du machst dein Ding, ich mach mein Ding Wir machen unser Ding Ja, hau rein Alles klar, ja Den ganzen Quatsch nochmal Wo kann ich dich schaden machen? Ach, foyer Ja, 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 ja Ja, 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 ja Nicht mit mir Diesmal nicht Keinen Bock drauf raussetzen Nein, 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 wenn so Kel cup Prozent das bin ich wahrscheinlich tun von Tod und wieder mal am Anfang Schaden gefressen die Blöds wie soll man den ausweichen Gag Alter was die für eine Disco-Party draus macht Soomen oder so kann ich auch nicht das heißt ich muss eigentlich immer Schreiber machen ob ich die jetzt treffe oder nicht meine Güte wow Hilfe Hilfe This bitch is evil so volle Leidklang ins Gesicht nur für dich Mensch komm schon du hast Cheshire Kehrt umgebracht die Grinsekatze dafür musst du büßen wieso kriegst du keinen Schaden du Olle Mensch wie soll man den ausweichen schön die Haar ist klar Hauptsache ich hab Gott kaum Schaden gekriegt muss ich jetzt doch das Gesicht treffen oder was ich weiß es ja nicht das Spiel ist blind wow wow nicht schon wieder hör damit mal schön auf ins Gesicht nochmal schrei du nur nein das machen wir heute nicht darauf habe ich keinen Bock mehr nein so das Resümee werde ich am Ende des LPs machen auch wenn ich jetzt eigentlich schon anfangen könnte weil ich glaube im Grunde genommen ist das Spiel jetzt auch schon fast was ist das Spiel jetzt eigentlich schon fast gelaufen kommt immer das die so mach nochmal dein ja genau dein die was nein keine Disco Treffer 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 ein Gene ja ganz toll ja toll kannst du das machen nein nicht nochmal und sie fängt wieder damit an ich sollte mich nicht zu offen gegenüber hinstellen dieser Angriff den kann man am leichtesten abwehren ja you don't say it's obvious wow das Schlimme ist sie dabei auch noch zu treffen ohne dabei selber auch von ihr angegriffen zu werden ich glaube das auf der andere Seite hop 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 ja wie die immer ihren komischen Laser Scheiß macht wenn der nichts anderes einfällt kann das hier jetzt schon die Metaessenz die Metaessenz das die die